Hallo Freunde, ich fahr jetzt kurz und hol den Flo ab und dann geht's ab ins Ultracomics und ich hätte gesagt, wir sehen uns dann beim Flo. So, da bin ich beim Flo angekommen und da kommt er auch schon. Mahlzeit. Na ihr Lieben, gefällt euch das, wie wir hier so in die Kamera gucken? Was machen wir jetzt eigentlich? Hast du schon gesagt, was wir überhaupt machen? Nee, ich hab nur gesagt, dass wir den Ultracomics fahren. Ja, aber ich hab nicht genau gesagt, was da passiert beim Ultracomics. Ich hab nur gesagt, da ist was cooles. Ja, liebe Zuschauer, wir fahren den Ultracomics, da ist nämlich heute ein Event, Fantasy Gaming irgendwie, ne? Hat er gestern gesagt und er hatte gemeint, ey, das ist ein cooles Event, da könnt ihr filmen. Da haben wir gesagt, okay, pass auf. Ja, Fantasy Gaming. Fantasy Gaming, gucken wir mal, was passiert. Das ist ja klasse, ne? Genau, und weil der erste Vlog gut ankam, dachten wir, machen wir jetzt gleich einen zweiten, weil euch gefällt das. Morgen werden wir übrigens auch eingeladen für die Spielwarenmesse in Nürnberg, aber Problem ist, das heißt Problem, meine Frau hat erstmal Geburtstag, das ist mal das erste und zweitens war jetzt sehr kurzfristig, weil das war heute früh die Zusage und es ist Sonntag, da bauen ja die meisten auch schon wieder ab. Zweitens, wir können kein Video drehen und nichts machen. Hätten wir euch ein paar Standbilder schicken können von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Da waren wir uns wirklich unsicher auch, ob das eine gute Idee wäre. Klar, es wäre halt Content, einfach Content für den Kanal, aber ey, ja, Markus, was sagst du dazu? Was soll ich sagen? Keine Ahnung, also es wäre schon cool gewesen, wäre eine coole Aktion gewesen, aber wie der Flo schon sagte zu kurzfristig, Nadine hat Geburtstag und man verbringt den Geburtstag seiner Frau mit dir. Da kann ich den Flo voll verstehen. Macht man, auch wenn die Frau sagt, ist mir alles scheißegal, mein Geburtstag ist mir voll Bums. Wir kennen uns da aus, was Frauen sagen und wirklich meinen. Oh Gott, die fallen hier schon wieder wie die Irren, wie die Irren. Cooler Ausstieg von Shorty. Der riecht mich so auf. Schau mal, wo wir sind. Dafür haben wir die Minzen sauber gemacht, du Arsch. Hättest ein Bötchen mal größer machen können. Da ist er. Der riecht mich so auf. Der riecht mich so auf. Entschuldigt mich mal so mit der Hand drehen, ne? Die stehen hier vor dem Ultracomics, Shorty ist gerade am Abspacken. Ich bin natürlich hierher der Normale, der das Ganze auf einem gewissen Niveau hält. Ich hab noch Szenen, die was anderes beweisen. Ähm, ja. Und jetzt gleich mal rein. Sagen wir mal wieder Hallo. Wir waren ja erst gestern hier, gell? Genau. Und ich hab mir noch was zurücklegen lassen. Oh Gott. Ist ja nicht so, dass wir hier kein Geld lassen würden, oder so? Alter. Auf jeden Fall sind wir heute wieder hier und dann, ja, wir gucken jetzt gleich mal rein, was es hier Schönes gibt. Äh, naja, ihr wisst ja, was es gibt, aber was dieses Event, was es mit dem Event auf sich hat. Ich weiß es auch noch nicht, genau. Gehen wir rein. Gehen wir rein. So, auf geht's rein. Hallo. Hallo. Oh, da sind wir ja schon. Schaut mal, wer da steht, der Stern ist. Hallo, der da ist. Seid dich grüßt. Hi. Hi. Schaut mal hier. Hast du eine zu kurze Arme? Ja. Um das selbst aufzunehmen. Das ist ein bisschen... Oh. Das ist so gemein. Ja, genau. Macht's gut. Der Markus ist kleiner als du. Ja. Der Markus ist genauso wie ich. Ich glaube, die sind gleich groß. Nicht am Namen. Ja. Wo ist der Markus? Der Markus ist doch nicht da. Das gefällt mir immer. Wenn er immer sein Gesicht macht, jetzt würde er die Hosen scheißen dabei. Huh? FIRE! Geh mal hinter! Was? Wo sind hier Zwerge? Da. Einer von einer. Haha. Okay. Das ist kein Zwerg. Sieht so schlimm aus. Zwergenpower. Wart ihr nicht schon mal hier? Yes, sir. Genau. Es war ein gutes Video. Danke. Danke schön. Chaotisch aber gut. Auch ein Abo da gelassen? Chaotisch? Hat er chaotisch gesagt? Ich hab das auf dem Handy geschaut, aber ich muss es demnächst mal auf dem PC schauen. Also ich kann mich zum nächsten Mal holen. Hier, hier. Hier, Abo dalassen. Ja, mach ich. Ja, versprochen. Auf Kamera. Support ist kein Mord, darum nach oben Abo raus. Danke. Danke. Eine Partie Schach, Florian. Ich hab nichts überhört. Was? Schach? Darf ich sie auf eine Partie Schach einladen? Ja, verlierst du eh. Hallo, ich bin der Freund, ich bin 16 und ich suche eine Freundin. Halt die Klappe schon. Ääh, verlierst du. Hapa Hapa Pause für Florian. Ja, ich werde echt grumpy, wenn ich nichts zu essen kriege. Der grumpy Cat. Nein, nein, nein. Florian, was tust du da? Geh weg. Florian, komm. Lass mich nicht los, ich muss was essen. Nein, komm Florian. Ich werde so grumpy, wenn ich nichts zu essen kriege. Brezenkolb. Huch. Hüchen. Auf zum Brezenkolb. Auf zum Brezenkolb. Auf zum Brezenkolb. Das hier. Das hier. Ja, einer der arbeitet, weißt du. Einer. Sind wir fertig? Ja. Ja. Ich glaube, wir sind fertig, ja. Fertig, fertig. Hör aufwärts, das ist ekelhaft. Ich weiß, du stehst drauf. Ich hasse den Kerl. Ich hätte keinen Booster zum Schnaufen. Irgendwas, der ist halt los. Ich merke auch nichts. Ich merke auch gar nichts. Ich hab gar nichts gemerkt. Wisst ihr, dass ich Kinder hasse? Wisst ihr, dass ich Kinder hasse? Halt die Fresse, ohne Scheiß. Ja, ich will einmal Kinder haben. Ja, jetzt brauchst du gar nicht auch schnell. Sind aber fremde Kinder. Hallo, Florian. Geh weg. Hallo. Was du wolle. So, ihr Lieben, bei uns in Franken ist Krapfen Zeit, deswegen gibt's Goudi Krapfen. Schau mal der Flo. Ja, schön, gell? Aber für Shorty ist das alles nix, weil der sagt immer, das ist fit, fit, fit. Ich mag sowas nicht. So, ihr Lieben. Wir sind wieder daheim. Wir waren in Nürnberg. Ultracomics. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir fanden's geil. Auf jeden Fall. Wie immer, Ultracomics. Geilste, geilste Location ever. Und richtig coole Gäste. Also wirklich, war echt ein geiler Tag wieder. Hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Haut neu.